Beim letzten Mal in der Ein-Neu-Jürgen-WG sind wir in ein schickes Haus am Fluss gezogen, wir planschten im Pool, arbeiteten fleißig im neuen Büro und feierten und tanzten im neuen Club der Stadt. Es ist eine ruhige Nacht in der WG, aber alle sind noch wach und strommern durchs Haus. Nur die arme Sam ist mal wieder noch arbeiten, während Daniel im Esszimmer ist und er sich bei Hot Dogs und Schokokuchen gut gehen lässt, wird im Büro noch fleißig angespielt und gearbeitet. Caro und André sind, ähm, keine Ahnung, hat das gesehen, weiter drehen, weiter drehen. Und Sam hat auf der Arbeit gut zu tun und muss Entscheidungen treffen. Felix geht nach dem ganzen Gezocke erstmal eine Runde joggen, aber das Mikrowellen-Echsen scheint ganz schön schwer im Magen zu liegen. Na immerhin trainiert er das jetzt ab. Währenddessen gehen hier alle schon schlafen. Der Tag war aber wirklich anstrengend. Naja, auf jeden Fall nicht für Toni, denn der arbeitet auch fleißig weiter. Auch Sam hat es endlich geschafft, aus der kriminellen Unterwelt wieder nach Hause zu finden. Und wir schicken sie jetzt einfach mal ins Bett. Und was mit dir, Toni? Ah! Auch endlich genug gespielt. Los! Beeil dich! Ab ins Bett! Es ist schon kurz vor vier! Am nächsten Morgen finden wir seltsame Dinge im Garten. Die gehören wohl André? Ist er da bloß so? Ha! Wird das eine Rakete? Na dann, mein frohes Schlafen dabei. Das wird sicher noch eine halbe Ewigkeit dauern, bis das fertig wird. Und, ah! Hier ist auch schon jemand wach und arbeitet. Aber der Rest der Bande scheint immer noch zu schlafen. Und da ist Felix auch erwacht und hechtet dem Dampfer hinterher. Was es damit wohl auf sich hat? Oder wolltest du hin, Felix? Ah! Die Bibliothek? Naja, was das jetzt mit dem Boot auf sich hatte, das werden wir wohl nie erfahren. Sieh mal einer an! Daniel ist auch in der Bibliothek unterwegs und versucht wohl einige Bücher auszuleihen. Frieda! Ah, George! Uh, Ha! Frieda! Ah, George! Jetzt spielen wir mit der alten Frau eine Runde Schach. Die langweilt sich bestimmt. Hm. Ich glaub, ich sehe doppelt. Und die beiden könnten echt Geschwister sein. Egal, widmen wir uns jetzt einer spannenden Partie Schach! Kammer in Position und los. Selbstbewusst legt die alte Dame vor. Und Felix muss erstmal gründlich überlegen, während die ersten genervten Zuschauer ankommen. Und da holt Felix zum Gegenzug aus. Doch was ist das? Böses Foul von der Gegenspielerin. Hier geht es nicht mit rechten Dringen zu. Abbruch, Abbruch. Und da geht es dann für Felix auch schon heim. Denn mit Cheater spielen wir doch nicht. Was geht hier zu Hause? Oh, stinkende Hot Dogs und alte Kuchen. Na lecker. Sam, kannst du das vielleicht mal sauber machen? Das wäre wirklich super. Ich habe manchmal das Gefühl, Sam ist die Einzige, die wir hier fragen, ob sie aufräumt. Das sollten wir vielleicht mal ändern. Ah, André, wie läuft das Raketenprojekt? Ach, das sieht doch schon ganz gut aus. Na dann mal weiter fröhliches Schrauben. Während André also weiter bastelt, herrscht im Büro wieder reger Betrieb. Wir arbeiten halt wirklich hart und guten Content zu bringen. Wow, schlau, 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 schlau. Und hat sogar schon die zweite Stufe seiner Rakete fertiggestellt. Naja, wen wundert's. Er macht ja auch noch kaum was anderes. Als Caro und Toni ihr Kartenspiel beendet haben, scheint aber ein seltsamer Duft in der Luft zu liegen. Was grillt Sam bloß da? Naja, sieht ja nicht gerade appetitlich aus. Scheinen aber bloß vegetarische Burger zu sein. Na wenigstens scheint Sam am Ende mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Und Popp, sitzen alle im Garten am Tisch und das Essen scheint trotz des seltsamen Aussehens doch irgendwie zu schmecken. Gegen Abend verschlägt es unsere Mädels dann in den Stadtpark. Hier ist es eigentlich ganz schön. Die Leute lassen den Tag ausklingen, spielen Schach und lassen es sich gut gehen. Wir sollten echt öfter hierher kommen. Ach, Sam konnte sich vor einer Runde Schach nicht retten. Mal wenigstens ist die jetzt schon vorbei. Und Caro macht irgendwie den Park unsicher. Weil ich hier angeln darf. Naja, solange keiner was sagt, ist das sicher in Ordnung. Auch die Fische scheinen hier ziemlich aktiv zu sein. Zu Hause ist man hier immer noch produktiv. Tun wir hier eigentlich noch was anderes außer Arbeiten? Naja, immerhin André und Felix genießen noch das Abendessen. Jedenfalls so lange, bis sich André wieder seine Werkzeuge schnappt und sich an seine Rakete begibt. Während hier also noch fleißig an den Weltraumprojekten geschraubt wird, verabschiede ich mich und sage, bis zum nächsten Mal in der I Know Your Game WG. A Untertitelung des ZDF, 2020